Da hast du da welche reingemacht oder? Da waren welche drinnen, die sind aber da, weil wir ja alle rausgenommen haben. So, jetzt auf die Tür. So, wo sind unsere Leute? Tot. Na, na, na. Warum die noch? Ich brauche den. Aha. So, mein Schaden. Äh, mein Schaden, ich kann gucken. Ich hab schon die ganze Zeit noch. Guck mal, ich hab ne Masken. Oh mein Gott. Guck mal, ich hab die Spinn. Keine Ahnung was. Ich bin Terminator. Ja, ich hab das auch. Alter. Das Refortion von dem Zeug ist immer super krass, extrem teuer. Alter Vater. Was brauchst du? Was ist hier für dieses komische Ding mit den Sternen? Zwischen elf und vierzehn Goldcoins. Okay, jetzt mittlerweile gar keinen mehr. Jetzt muss ich erstmal... Magst du noch paar? Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Also, okay. Her mit dir. Schieb dich. Oh, das? Ach so, okay. Dankeschön. Mach's. Ja, bei meinem Glück, dass ich so nix rauskomme. So, guck mal. Elf Gold, zwei selber. Mach was Gutes draus. Drei Tiefen, so. Nummer eins getrafft. Naja, lieber dich. Vier Movement Speed, nicht der Hit. Vier Movement Speed, nicht der Hit. Vierzehn Gold. Drei... Kürtiger... Ne, zwei Prozent. Prozent Kürtiger ist der Hit. Ähm, naja. Gut. Also, wir brauchen mehr Seelen der Nacht, Seelen der einzig Goldbahn und Kristallscherben. Ah, okay. Weil wir so ne magische Hafer haben. Ne, liebe dich. So, was wolltest du? Flammenwerfer. Hm? Flammenwerfer wolltest du. Ja. Wir brauchen noch einmal illegale Waffenteile. Gibt's die nicht meist nur nachts? Ja, dafür brauchst du aber 70 oder 75 Euro. Gött, wir machen dann nochmals Corruption paar Würmer irgendwann. Ja. Lass mich leben. Oh Gott, warum ist denn dann nicht so viel los? Hihi. Hihi, tot. Ja, die Tür war da natürlich zu. Hab ich ganz vergessen. Ja genau. Und dann lass mich da halt nicht spawnen, ey. Boah. Ey. Ey. Sag doch vorher ganz einfach mal Bescheid. Ich dachte, du kommst und hilfst mir mal von alleine. Boah, ist okay. Ist auf spawn. Danke. Rein. Guck mal ein Einhorn. Ui. Das ist da und ich schon will drauf, ne? Das ist für jeden Rammeln der hier, wenn ich komm. Aua. Wie kann das? Ja. Oh, Schatiii. Ganz nett. Ich war doch nicht. Ah, deswegen. So, ich bin sehr verwunden, wenn diese Nacht dann mal enden, oder? Niii, lass mal. Weil hier Spacken wir doch irgendwie so ein bisschen mehr Sacken. Ah, 25 bis 25 sind 50, ne? Ja, aber. Noch zweimal geschafft, Hanke. Ja. Eigentlich war ich auf die Aufnahmezeit hinaus, Aua. Ach so. Ich geh schon mal fast, ich hab' in seinem Leben. Ich mach' immer mit. Ich mach' immer mit. Ich mach' immer mit. Es beinuert. Du, mein Regenbogen. Noch Geld fahren. Ja. Du, mein Rainbogen. Du, mein Rainbogen. Du bist. Pferd auch was und irgendwas ist Sekunden Einhorner Hörner auch wenn auch wenn es ein aus dem Volten holen machte mal heute natürlich müssen Geld kann man jetzt mal rechtswahl noch die intakte Korpschen Ja. Auf ins Verderben. Doch. Naja, ich glaub da wird sich nicht viel ändern. Ich glaub nicht, dass wir bis zum Update uns so viel reinhauen und die vernichten werden. All den Steigen brauchen wir uns wieder an. So, lass mich in ein Loch. Nö. Nö. Ich glaub wir brauchen eine Hellstone. Ja, das brauchen wir. Hab sie gerne, haben wir ja. 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 Nein. Hm? Ja. Wie gewohnt. Wegen Womförter. Hab wir nicht links in eine Neuzudem schon vernächtigt. den haben wir ja auch nicht die Klaube die Kürze da haben wir ja das ist alles in Ordnung das wird für die im Kurschen nicht böse eigentlich ich steh drauf wie wird es nicht wie wird es trotzdem um die Kostmann die hessischen Hälschen Warnherr zu stellen ich komme an uns vor denn Thomas zu dir an den Hälschen offen machen muss Nicht am normalen, also falls du jetzt gerade am normalen Stand bist. Nein, wo kommst du da rauf? Naja, ja. Weh genau 5 Bahn. Das ist ärgerlich. Was für eine Brabhaar hat der Frank? Lila. Lila. Ja. Brauchen wir auch bitte. Nein. Alter, können wir nicht mal was haben, was wir mal brauchen? Ähm. So, Scheiße. Sag, wieder nachgucken, wie geht. Soll ich den Geiter? Ja, deswegen, ich muss immer wieder hoch zum Dach. Achso. Ja, ja. Diese Fahrzeuge, äh, starte, komm wir uns bauen uns aufs Dach. Worte liefst, wo haben wir den Schiff zum Worte liefst? Dann schreiben wir auch keine mehr. Doch, an der Kiste oben. Ja. Ja. Zu dem ich Worte lief, nebenbei noch gesammelt halb sechs Stück. Ah. Weil da noch eine gesunde Wüste war, sozusagen. so. Achso. Das ist die Flaschen dran, das normale, oder? Also Bröle was oder mit Wasser. Keine Ahnung. Ja. 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 Seig. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die. Du rausg route. na, ja. Ja. Ja, ja, ja. Du rausg rathEs noch mal schießt? Ja, dasEL uh. nicht. Vielleicht siehst du hier gerade noch nicht. Alter, das ist echt so gut. Ganz, ganz ruhig. Wenn nicht. Ich bin natürlich immer noch zu dumm dafür. Was machst du denn? Wo machst du denn dran? An denen stinkende Malen Flaschen, die wir auf dem Tisch stehen haben. Ich mache das hier um den Tag zum Tisch zu ersetzen. Es wäre besser, dass ich da hingehe. Das ist gerne so vieler Reiter. Ich bin natürlich hier in der Unterricht. So, dass du schon aus der Osten kommst du schon wieder. Du bist gleich mein Plitz. Ich würde dich auch. Ja. Ich kenne das Spiel. Es sind aber auch ganz schön viele Dämonen. Hier habe ich den Hammer mit. Davon mache ich mal ein paar weg. Alter, wie viele Gesichter hier sind. Oh Gott. Definitiv weg. Einfach nur weg. Boah. Komm her. Stück. Alter Vater, das war jetzt knapp. Uff. Jetzt versuche ich mein Glück trotzdem nochmal. In der Hoffnung, dass ich jetzt mehr Glück habe. Ey, komm her. So. Bitte, bitte, bitte. Nein. Fuck you. Fuck you. Ganz ehrlich. Boah. Bis man da mal was Sonntiges drauf hat, ey. Und Geschichte vom Bescheidenwitz 2? Nein, das letzte Mal gab es keine Vorführung dafür, dass ich ganz viel Reforged Pech hatte. Was ist denn das? Ich konnte dreimal machen und bin auf 2% Move on Speed gestoßen. Und mir fehlen jetzt 5 Gold, bis ich den nächsten Versuch machen kann. Naja, doof gelaufen. Erstmal Kisten einsortieren. Und den Hasen hier töten. Okay, korrektiert. Wir haben noch 2 Gold. So, Waterleaf war in der Küste. Jetzt geht es. Jetzt geht es ja aus. So. Das haben wir hier drin. Korruptionszeug waren wir denn das? Ah, hier, okay. Flammen und einen... Na, machen wir an die ein? Flammen habe ich ganz oben in der Einzelküste mit dabei. Da habe ich ganz, ganz oben in der Küste. Ganz oben in der Küste. Ganz unten in der Einzelküste. So. Ich habe mal das Horn da auch reingemacht. Die Flammen mache ich mal mit in die Küste zu den, äh, Souls. Ja, aber Hammer habe ich da gerade durchgeguckt. Was? Was? Ja, das kann sein. Was? Zeig mal. Du hast auch mehr drauf gemacht. Alter. Oh, du, du. Ich komme jetzt wieder runter, weil ich Gold formen muss, ne? Gold. Ja, ja. Du weist ihn noch so weit. Verteidige ich dich und schmetzln bisschen. Ah, wenn ihr jetzt in... sechs Minuten zumindest. Oh, yeah! Incoming! Attack! Und so. Huiuihuihuihuihuihuihuihuihuihuih... Und was hast du dir geholt? Rot. Zweit mal. Ich hab's nicht gehört. Tut mir leid. Ich hab's aber gehört. Ja, ist so. Nee, weiß nicht, tut mir leid. Liebe dich. Ich will lieben. Böser Wurm. Au, au, au. Ich will hier runter. So, geh' ich hier auch runter. Oh, okay, da haben's andere Leute anderer Meinung. Weg, wusch, aus. Böse. Weg, wusch, aus. Böse. Ja. Ja. Böse. Ja. Böse. Ja komm, du hast dich ja impf, komm her Ja, so ungefähr Nur noch ein bisschen langsamer, gell Ja, so dass ich nicht noch eine Etage weiter runter muss Ja, du, du, du Ich bin in der Lava, denkt man Das kam mir auch, als ich diesen riesigen Lava sehe, da sah dein Name, dachte ich mir, ja gut, da kann es da drin sein Pass auf, dass du nicht ertrinkst oder so Ja, Spaß zu tragen Ein bisschen Müll entzogen Na gut, das war's auch schon Oh mein Gott das sammle ich gleich eins Das könnte sogar sein, wenn du dich weiter in die Richtung erwähnt Das könnte sogar sein, wenn du dich weiter in die Richtung erwähnt Oh man, schon viele Randale gerade. Alter. Was denn? Wenn wir auch mal reibern schon Randale. Tut mir leid. Magst du mal auf Klo gehen? Warum? Magst du die Geschichte vom Scheidenpilz fortsetzen? Nee. Wenn wir auch Randale aufreiden und fortschlagen. Dass du vielleicht mal ordentlich einen abdrückst und dann... Höre. Scheiß mit mir auf den Stuhl. Oh boah. Aha, wieso? Obwohl er so wie der Forzrad stinkt. Der stinkt echt! Alter! Boah! Na, ich sag doch. Das lief genauso als wenn mein Bruder gerade kackt. Ich sag doch, du musst mal ordentlich einen abdrücken gehen. Ja, ich sag doch mal schon zwei Mal. Naja, alle guten Dinge sind drei. Haha, ja. Gischt will. Gischt will. Gischt will. Gischt will. Sack. So. Scheiß Fee. Nein. Äh. So. Ich lass noch ne halbe Minute. Ja. So. Was wollen wir dann achten? Ähm. Ah, gute Frage. Vielleicht... Wieder Payday? Hm? Ah, wieder Payday oder so? Ich weiß nicht irgendwie. Wo... Ähm. Ja, müssen wir gleich gucken. Ich lass mal auf Klo noch. Naja, Leute. Dann abdrücken. Naja... Irgendwie hab ich so'n Gefühl. Dann... Arsch. Naja. Wie so'n Druck. Naja. Aufwählen. Aufwählen, Leute. Danke Ihnen fürs zu gucken. Haut rein. Wir hören uns dann... Nächsten... Folge. Bzw. Nächste Aufnahme-Session. Eure Lisa... Eure... Ja... 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 Rrrr... Ja... Oh ja... Äh... Pamelim... Dein Ding... Oh... Du bist doch fertig da unten. Okay. So. Okay. Ach... Ach...